Hallo und herzlich willkommen zu einem Wetter.net-Spezial. Deutschland sucht die Abkühlung, aber nicht jeder hat natürlich einen Wasserfall um die Ecke. Also muss es auch mal die Dusche tun. Am Donnerstag werden bis zu 40 Grad erwartet. Und da stellt sich natürlich die Frage, wie lange bleibt die Hitze und wann kommt die nächste große Abkühlung. Denn am Donnerstag, am Freitag, am Samstag soll es noch heiß bleiben. Und vor allen Dingen die Nächte werden unerträglich, da kann man kaum noch gut schlafen. Ja, schauen wir uns mal den Donnerstag etwas genauer an. Und dann sind selbst an den Küsten Top-Werte um 30 Grad möglich. Also direkt an der Küste sehr, sehr heiß und auch sonst 33 bis 38 Grad. Und am Rhein, da können teilweise 40 Grad und auch Temperaturen darüber gemessen werden. Der bisherige Top-Wert in Deutschland liegt bei 40,3 Grad gemessen im Sommer 2015. Und das ist der höchste jemals in Deutschland gemessene Wert seit Beginn der Wetteraufzeichnung im Jahr 1881. Und dieser Wert könnte am Donnerstag überschritten werden. Dazu gibt es den ganzen Tag viel Sonnenschein. Die Nacht zum Freitag bleibt sehr warm. Im Westen teilweise Temperaturen nicht unter 26, 27 Grad. Da ist an einen erholsamen Nachtschlaf nicht zu denken. Etwas kühler nur an den Küsten und am Alpenrand und sonst auch dazwischen Temperaturen teilweise 20 bis 24 Grad als Nachtwerte. Und bei Temperaturen über 20 Grad in der Nacht, da spricht man ja von tropischen Nächten. Ja, und wie geht es weiter? Schauen wir uns mal die Ensemble-Vorhersage an. Für den Niederrhein bis zum 8. August. Und zwar die Temperaturen der Luftmassen in 1500 Metern Höhe. Und wir sehen, es bleibt zunächst sehr warm noch bis zum Wochenende. Temperaturen in dieser Höhe über 20 Grad. Und das bedeutet am Erdboden eine große Hitze von über 35 Grad. Und wir liegen deutlich über dem langjährigen klimatologischen Mittelwert. Danach wird es ein bisschen kühler. Aber die Temperaturen, die bleiben weiter in dieser Höhe um 15 Grad. Das heißt, es geht erstmal heiß weiter mit Temperaturen von teilweise über 30 Grad. Und das sehr wahrscheinlich bis Ende August. Das ist doch eine ziemlich, ja, ich würde fast sagen, eindeutige Sache. Ziemlich gebündelt. Und auch die Niederschläge, die bleiben weiterhin sehr gering. Das heißt, die Dürre wird ebenfalls erstmal weitergehen. Also eine richtige Hitzeentspannung scheint zunächst nicht in Sicht zu sein. Das war es vom Wetter hier bei wetter.net. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst einen Daumen nach oben da. Und vergesst nicht, unseren Kanal auf YouTube wetternet zu abonnieren. Tschüss und kommt gut durch die Hitze. Tschüss. Tschüss.